hallo und herzlich willkommen zur auflösung der dritten runde ja mein lieben freunde es kam jetzt am wochenende nix das tut mir furchtbar leid aber dafür kommt es jetzt und zwar das mal vorlesen wer ihr alles teilnimmt der engo 50 x paschi cooler kanal jannik s enricos welt german tracker 72 ps4 gamer jojo gfx koslix mr x dollar justin stillig doll crafter bonnie walloni und maximilian ammann offen man könnte es alles lesen und da fangen wir mal mit dem ersten an heute gibt es nämlich zwei gewinner und der erste gewinnt das ist der ps4 gamer der ps4 gamer wo haben wir ihn hat die nummer eins du hast erstmal renumen zack zack da sind mich nicht mehr dabei so gehen wir mal ins spiel zack zurück zum spiel und gucken mal die nummer eins war das blaue geschenk so gehen wir raus war das blaue geschenk was dahinter was dahinter sich verbirgt 10 euro passive card gewonnen 10 euro passive card gehen schon mal an den lieben ps4 gamer so dann können wir das einmal schließen wieder sagt tun wir den rahmen hin und das ist raus so aber jetzt geht es noch weiter es ist noch weiter wieder zurück und zack cooler kanal und der coole kanal hat gewählt die nummero 2 nummero 2 ist die zuckerhochstange gehen wir in game das ist diese da diese zuckerhochstange und er hat gewonnen 20 euro steam gut haben oder ein gut dran so und da kann man nämlich jetzt noch mal dazu wie die zwei mich erreichen können ach so ich hab das jetzt gar nicht eingeblendet werden so zack hier zack das wird gerade nacht hier und ich habe schilder drin so wie ihr seht so meine freunde wie könnt ihr mich erreichen über eine youtube pn kann mich erreichen der ps4 gamer und über steam schreibt mich oder er hat mich mal der liebe coole kanal so ich werde jetzt noch zwei oder einen weiteren wählen und zwar kann kann sich der schon mal freuen wenn der coole kanal kein steam account hat oder etc kann ja sein da wähle ich nämlich jetzt noch ein live für euch und das werden wir jetzt tun den tun wir erstmal raus jetzt und zack das ist ja egal was er gewählt hat und das ist der german tracker 72 ich lass das auf jeden fall gespeichert ne ich tu den auf jeden fall jetzt auch raus das ist also noch die da wünsche ich wie gesagt jetzt noch einen wunderschönen tag und an die die jetzt gewonnen haben das ist einmal ich schreib mir ist jetzt noch mal auf zack so ps4 gamer zehn euro und der coole kanal 20 so und wenn der coole kanal nicht kann kommt dass der da jetzt aufgeschrieben super wünsche ich noch wunderschönen tag mir sehen uns dann zu verlosung dann gleich im anschluss dann schluss voll ist dann